Arto Junior, ich komme gleich wieder. Ich kaufe dich gar viel zu. Gutes Mögelchen! Wir brauchen die Waage für Grosstier! Muss ich das in die ganze Praxis aus der Trompeten? Sag halt! Ich habe ihn, John. Ich liebe Käse. Das Leben hier ist fast schon perfekt. Aber es war kurz vor dem Zusammenfall. Ich glaube, da handelt es sich um eine Verwärtsling. Komm jetzt, Junior. Das ist der Vic, mein Vater. Willkommen zurück, Victor. Jahrelang sehe ich dich nicht und wenn ich dich sehe, bist du auf der Flucht vor einem gestörten Satz. Wir müssen dich abhärten. Ich bin Herr. Du warst noch nie in einer Pizzeria, wo es keine Grissini mehr gab. Junior! Seh da, einer meiner 26 Lieblingskäse. Lass sie jetzt los! Jetzt retten wir meinen Vater. Hallo Mama, did you heard about me? Did you heard about me? Did you heard about me? Ein Teil von mir, musst du helfen? Nein. So schlert er nicht. Nein, bitte nicht! Au, ist das heiß! Au, au! Du hast nichts gesehen. Auf geht's! Ja du hast nicht. In dem 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 dem. Untertitelung des ZDF, 2020